Lektion 299 Ewige Heiligkeit weilt in mir Meine Heiligkeit liegt weit jenseits meiner eigenen Fähigkeit, sie zu verstehen oder zu erkennen. Doch erkennt Gott, mein Vater, der sie schuf, meine Heiligkeit als die Seine an. Gemeinsam versteht unser Wille sie. Und gemeinsam erkennt unser Wille, dass es so ist. Vater, meine Heiligkeit ist nicht von mir. Sie ist nicht mein, um durch Sünde zerstört zu werden. Sie ist nicht mein, um unter Angriffen zu leiden. Illusionen können sie verschleiern, doch weder ihr Strahlen auslöschen noch ihr Licht trüben. Sie ist auf ewig vollkommen und unberührt. In ihr werden alle Dinge geheilt, denn sie bleiben so, wie du sie schufst. Und ich kann meine Heiligkeit erkennen, denn die Heiligkeit selbst hat mich erschaffen. Und ich kann meine Quelle erkennen, weil es dein Wille ist, dass du erkannt wirst. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und es ist wichtig für euch zu verstehen, dass das absolut wahr ist. Ihr seid heilige Wesen. Ihr habt es lediglich vor euch selbst verborgen, indem ihr gewählt habt, irdische Idole zu verfolgen und materialistische Ziele und Träume, die andere in euren Geist eingepflanzt haben, durch Programmierung. Ihr alle seid in dieser Gesellschaft tief programmiert worden und ihr alle jagt nach Dingen, die euch diese Programmierung erzählt haben, also von denen sie euch erzählt haben, dass euch das glücklich machen wird. Niemand hat euch jemals erzählt, dass eure Heiligkeit das ist, was euch wirklich glücklich machen wird. Und es ist eure Verbindung mit dieser tiefen inneren Heiligkeit, die euch das bringen wird, was ihr sucht, wenn ihr Dinge kauft und hin und her erhetzt und versucht, die Erforderungen des Egos zu erfüllen. Wenn ihr euch durch diese Reise entwickelt, dann werdet ihr feststellen, dass euer Leben ruhiger wird, es wird stiller werden, es wird gesünder werden, es wird mehr Fülle haben und erfüllt sein von nähernden Dingen, von guten Beziehungen, gesünderem Essen, gesünderer Unterhaltung. Aber wenn ihr durch diese Reise geht, könntet ihr euch so fühlen, als ob ihr die Welt verliert. Aber tatsächlich verliert ihr nicht die Welt, so wie ihr sie jetzt seht, sondern ihr erhaltet den Himmel. Ihr beginnt eure Wahrnehmung zu transformieren, sodass die Welt, die liebevoll und freundlich und großzügig ist, für euch in die Erscheinung tritt oder in das Sein. Ihr erschafft im wörtlichen Sinne wieder eine neue Welt durch die Transformation eurer Wahrnehmung. Also seid geduldig mit euch selbst. Wir können nicht alles aus eurem Leben entfernen, was nicht wahr ist. Ihr würdet in Panik auf eure Knie fallen. Ihr müsst Tag für Tag wählen, dass ihr Liebe wählt und kleine Dinge gehen lasst, von denen ihr Gewohnheit, dass ihr daran festhaltet. Und wenn ihr Dinge gehen lasst, dann schafft ihr Raum für das Göttliche. Und das Göttliche wird tatsächlich diesen Raum erfüllen, den ihr hier erschafft. Aber ihr müsst das bereitwillig tun und in offener Weise. Und ihr müsst es mit Begeisterung tun. Denn euer freier Wille ist der entscheidende Faktor. Wenn ihr Zögern habt oder Angst, dann werden wir auf euch warten, bis ihr mutig genug seid, es mit dem ganzen Herzen zu tun. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.